Ich wurde taub geboren, aber seit einer Woche kann ich alles hören. Und was ich für einen Segen hielt, ist vielleicht auch ein bisschen ein Fluch. Als ich geboren wurde, erwarteten meine Mutter und mein Vater einen perfekten Sohn. Der Ultraschall war gut, ich hatte alle meine Finger, alle Gliedmaßen, ein perfektes kleines Gesicht. Ich sollte ihr normales, geliebtes Kind sein, und zuerst schien alles in Ordnung. Meine Eltern waren so glücklich, dass sie mich mit offenen Armen in ihr Leben aufnahmen. Das war, bis sie anfingen, mich zu den Arztterminen zu bringen, die alle Neugeborenen durchlaufen müssen. Einer davon ist das Neugeborenen-Hörscreening. Ich war gerade acht Wochen alt. Meine Mutter sagte, ich sei ein stilles und ruhiges Baby, süß und klein. Sie erwartete, dass der Test perfekt ausfallen würde. Ich bin beim ersten Test komplett durchgefallen, und da der Arzt erklärte, dass dies auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen sein könnte, wurde ein Vollgehör-Screening angeordnet. Ich fiel erneut durch. Meine Mutter, die nun wirklich besorgt war, brachte mich zu einem Audiologen für eine umfassende Beratung. Dort wurde ihr mitgeteilt, dass ich taub sei, und dass sie zwar nach einer Behandlung suchen könnten, es aber unwahrscheinlich sei, dass ich jemals hören würde. Bis vor ein paar Wochen wusste ich es noch nicht, aber das brach meinen Eltern das Herz. Sie wollten, dass ich normal und perfekt sei, und sie hatten gerade erst herausgefunden, dass ich taub war. Sie waren wütend, frustriert und verängstigt, alles zur gleichen Zeit. Sie fragten sich, was für eine Zukunft ich haben würde. Wisst ihr, mein Vater und meine Mutter sind nicht die weltoffensten Menschen. Sie sind sehr voreingenommen. Menschen mit Behinderungen können ein normales Leben führen, sogar ein großartiges. Sie haben das nicht so gesehen. Sie hatten das Gefühl, dass ich fehlerhaft war und dass es mir schwerfallen würde, mich an das Leben anzupassen, vor allem, wenn ich erwachsen werde. Sie distanzierten sich von klein auf von mir, vielleicht aufgrund ihrer Frustration und Verwirrung. Ich weiß, dass das, was sie taten, falsch war und dass sie mich hätten unterstützen und verstehen sollen. Zuerst haben sie alle möglichen Behandlungsmethoden ausprobiert. Sie wollten unbedingt das haben, was sie unter einem normalen Kind verstanden. Ich wurde einigen schmerzhaften Prozeduren unterzogen, die einfach nur lästig waren, aber nichts funktionierte. Sie brachten mich immer wieder zu einem Spezialisten nach dem anderen, in der Hoffnung, eine zweite, dritte und vierte Meinung einzuholen. Einige Ärzte machten ihnen falsche Hoffnungen und sie würden viel Geld für das bezahlen, was angeblich die Lösung meines Problems sein sollte. Große Überraschung, nichts funktionierte. Ich war taub und schließlich gaben sie den Versuch auf, mich heilen zu können. Ich hasse es, dass sie dachten, es gäbe etwas zu reparieren, quasi als wäre ich kaputt. Ich war nur ein Kind, das Spaß haben und von seinen Eltern geliebt werden wollte, wie jedes andere Kind. Aber sie boten mir nicht die beste Kindheit, um ehrlich zu sein. Als ich aufwuchs, fühlte ich mich wirklich isoliert und allein. Meine Eltern weigerten sich, mich auf eine Sonderschule zu schicken, also musste ich auf eine normale Schule gehen. Ich verbrachte die meiste Zeit des Tages in Spezialklassen, wo ich Gebärdensprache lernte. Natürlich konnte ich sprechen, aber ich musste einen Weg finden, andere zu verstehen und das war einfacher, als zu versuchen, von den Lippen zu lesen, was wirklich kompliziert war. Mama und Papa hatten auch Mühe, es zu lernen und sie kannten nur die Grundlagen, also kommunizierten wir meist durch sehr allgemeine Gesten und viel Zeigen auf Dinge. Ich wünschte, meine Eltern hätten sich mehr Mühe gegeben, mich zu verstehen und für mich da zu sein. Sie sagten mir immer, sie seien so beschäftigt. Es war wirklich schwer. Ich wollte ein Gespräch mit ihnen führen und es war fast unmöglich, weil sie nie richtig antworten konnten. Sie verloren so leicht die Geduld und gaben den Versuch auf und das hat mich und sie nur frustriert. Unsere Beziehung war lange Zeit wirklich angespannt und ehrlich gesagt war das ihre Schuld, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, es war meine. Ich fühlte mich schuldig, weil ich nicht ihr perfekter Sohn war. Als ich ein Kind war, verbrachte ich viel Zeit damit, mir zu wünschen, ich könnte normal sein. Diese Denkweise hasse ich jetzt. Wer schreibt vor, was normal ist und was nicht? Warum war Taubsein für sie eine so große Sache? Ich war ein großartiger Sohn, also warum konnten meine Eltern das nicht einfach sehen? Ich habe die meiste Zeit in meinem Kinderzimmer mit Lesen oder Malen verbracht und versucht, ein kreatives Ventil für meine Frustrationen zu finden. Ich wurde auch richtig gut darin, aber meine Eltern schienen es nicht zu bemerken. Mama und Papa arbeiteten gewöhnlich lange und ließen mich unter der Obhut von Babysittern zurück. Einige waren sehr nett und verständnisvoll, andere schienen sich über meinen Zustand zu ärgern und versuchten mich zu ignorieren, wenn ich ihnen gegenüber gestikulierte oder sprach. Es war nicht die einfachste Kindheit. Sicher, ich hatte immer ein Dach über dem Kopf und Essen war auf dem Tisch, aber ein Kind braucht mehr als nur Essen und Unterkunft. Ich brauchte die Liebe und Unterstützung meiner Eltern und sie waren nicht für mich da. Meine Eltern sollten irgendwann verstehen, wie falsch sie lagen und wie verkorkst das war, was sie mir angetan hatten. Aber damit sie diese Lektion lernen konnten, musste etwas Außergewöhnliches geschehen. Etwas, das mein Leben für immer verändern würde, völlig unerwartet. Ihr erinnert euch sicher an mein schreckliches Leben zu Hause, aber die Situation in der Schule war auch nicht besser. Ich hatte kaum Freunde und fühlte mich die ganze Zeit allein. Ich wusste es damals noch nicht, aber die Schülerinnen und Schüler an meiner Schule waren von meiner Stimme genervt. Sie sagten immer hinter meinem Rücken schreckliche Dinge über mich und lachten über meinen Zustand. Da ich aber nie hören konnte, wie ihre Worte ausgesprochen wurden, sprach ich so gut ich konnte. Ich dachte, dass ich gute Arbeit leistete, aber ich würde bald herausfinden, dass andere das nicht so sahen. Sie verspotteten die Art und Weise, wie ich bestimmte Worte sagte und den Tonfall, den ich benutzte, als ob ich ihn irgendwie ändern könnte. Ehrlich gesagt war ich immer ein einsames Kind. Ich versuchte, mich anzupassen, aber egal wie sehr ich es versuchte, die anderen Schülerinnen und Schüler ignorierten mich. Sie schenkten mir nicht viel Aufmerksamkeit, so dachte ich zumindest. Ich war mir sicher, dass sie mich ignorierten und einfach nicht mit mir abhängen wollten, weil ich anders war. Aber wenn ich mich umdrehte und sie nicht sehen konnte, machten sie sich über mich lustig. Direkt hinter meinem Rücken. Sie wussten, dass ich sie nicht hören konnte, also konnten sie lachen und alle möglichen bösen Beleidigungen brüllen, ohne dass ich überhaupt merkte, was vor sich ging. Es wurde zu einem grausamen Spiel, das sie spielten. Ich wurde nicht zu Partys eingeladen und jeder versuchte zu vermeiden, mein Partner bei Gruppenaufgaben zu sein. Sie sagten dem Lehrer, es sei zu schwer, mit mir zu arbeiten. Ich fühlte mich so einsam und niedergeschlagen. Es endete damit, dass ich mich für Kunstprogramme nach dem Unterricht anmeldete und zumindest wurde ich während dieser Stunden etwas abgelenkt. Mein Kunstlehrer unterstützte mich wirklich und ich wurde sogar noch besser im Zeichnen. Ich beschloss, dass ich, wenn ich groß bin, Künstler werden wollte. Wenn ich das tun würde, wäre es egal, ob ich hören konnte oder nicht. Es käme nur darauf an, ob ich malen konnte. Und ich war wirklich gut darin. Ich habe sogar eine Auszeichnung für eines meiner Bilder in der Highschool bekommen. Ich hatte keine Ahnung, dass sich mein Leben bald ändern würde. Eines Nachts vor ein paar Wochen hatte ich einen merkwürdigen Traum. Es war anders als alles, was ich je zuvor erlebt hatte. Ich konnte tatsächlich alles hören, was in diesem Traum vorkam. Das Zwitschern der Vögel, das Bellen der Hunde, das Sprechen der Menschen auf der Straße. Es war unglaublich. Als ich aufwachte, war ich mir sicher, dass alles nur ein Traum gewesen war. Aber wie konnte es dann sein, dass ich etwas hören konnte, das ich noch nie sofort gehört hatte? Also setzte ich mich auf mein Bett und versuchte zu lauschen. Und zu meiner Überraschung konnte ich tatsächlich alles um mich herum verstehen. Sogar das Tick-Tack meiner Uhr. Ich konnte nicht begreifen, wie das geschehen konnte, aber ich war so glücklich. Es war der beste Tag meines Lebens, dachte ich. Ich rannte nach unten, bereit, meiner Mutter und meinem Vater alles über dieses Wunder zu erzählen. Aber dann hörte ich sie in der Küche über mich reden. Sie machten sich Sorgen darüber, was mit mir geschehen würde, wenn sie nicht mehr da wären. Wie ich mit meiner Behinderung im Leben zurechtkommen würde. Papa sagte, dass ich so nutzlos sei, dass ich nie in der Lage sein würde, einen guten Job zu bekommen und mich selbst zu versorgen. Ich war untröstlich. Statt in die Küche zu rennen, ging ich also zurück in mein Zimmer und zog meine Schuluniform an. Ich wollte nicht mit meinen Eltern sprechen. Ich wollte ihnen keinerlei schönen Überraschungen bereiten. Das hatten sie überhaupt nicht verdient. Ich war so wütend auf sie, dass ich sogar daran dachte, wegzulaufen. Als ich die Tür zuschlug, als ich mein Haus verließ, konnte ich es laut und deutlich hören. Es war so seltsam. Ich war tatsächlich von einem lauten Geräusch aufgeschreckt. Als ich zur Schule kam, wurde es noch schlimmer. Endlich konnte ich hören, was meine Klassenkameraden über mich sagten. Sie beschimpften mich mit allen möglichen Dingen, nannten mich zum Beispiel einen völligen Versager und andere grausame Spitznamen. Ich schloss mich in der Toilette ein und hielt mir die Ohren zu, um die Stille für eine Weile zu genießen, denn ich brauchte etwas Ruhe und Frieden. Es war alles so überwältigend. Ich konnte nicht verstehen, wie dieses Wunder geschehen konnte. Aber jetzt wusste ich nicht mehr, ob es eine schlechte oder eine gute Sache war. Ich wollte unbedingt jemandem davon erzählen, was geschehen war, aber ich entschied mich dagegen. Zuerst wollte ich wissen, was alle wirklich über mich dachten, was sie hinter meinem Rücken sagten. Wie sich herausstellte, hatte nur mein Kunstlehrer nette Dinge über mich zu sagen. Und zu meiner großen Überraschung gab es in meiner Klasse ein Mädchen, das mich tatsächlich süß fand. Aber schließlich hatte ich genug. Ich musste meine Eltern konfrontieren und sie wissen lassen, dass ich wusste, was sie wirklich über mich dachten. Wie nachlässig sie sich während meiner ganzen Kindheit verhalten hatten. Ich erzählte ihnen alles, wie ich plötzlich hören konnte, wie ich mir wochenlang alles angehört hatte, was sie über mich sagten. Ich erklärte ihnen, wie sehr es mich verletzt hatte und wie falsch ihr Verhalten gewesen war. Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich ein echtes Gespräch von Mensch zu Mensch. Sie hörten mir wirklich zu und schütteten mir ihr Herz aus. Es war ein unglaublicher Moment. Meine Mutter fühlte sich so schuldig und mein Vater konnte nicht glauben, dass er so blind gewesen war. Sie verstanden, wie ich mich fühlte und sagten mir, sie seien gesegnet, mich als ihren Sohn zu haben. Meine Mutter bestand darauf, mich zu einem Arzt zu bringen, um herauszufinden, wie es möglich war, dass ich mein Gehör so plötzlich wiedererlangt hatte. Sie machten alle möglichen Tests und ich ging zu einer Reihe von Spezialisten, aber niemand konnte erklären, wie es dazu gekommen war. Es war ein Wunder, sagte meine Mutter. Ehrlich gesagt muss ich den Grund dafür eigentlich nicht wissen. Alles, was mich interessiert, ist, dass ich jetzt endlich ein gutes Verhältnis zu meinem Vater und meiner Mutter habe und dass ich eine ganz neue Welt entdecken kann, jetzt, da ich hören kann. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr ein einziges Wunder erleben könntet, was wäre es und warum? Und vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und euch auch die anderen Videos anzusehen. Sitzung Sitzung Untertitelung des ZDF, 2020